Lassen Falten und der schlafte Haut sie älter aussehen, als sie eigentlich sind? Sind ihnen ihre Narben oder Brandmale peinlich? Machen ihnen Hautfleck und Aknespuren das Leben schwer? Jetzt gibt es einen Durchbruch in der Hautpflege, der sich ein Geheimnis der Natur, das Geheimnis der Schnecke, zunutze macht, um die Haut fantastisch zu verjüngen. Wellform New Today, die fortschrittliche Creme, die ein Gesicht mit so gut wie jedem Hautfehler in einen schönen, glatten, makellosen Teint verwandelt. Tiefe Falten, feine Linien und Pigmentflecken verschwinden praktisch. Haut mit Flecken und Aknespuren wird sichtbar reiner und glatter. Selbst Narben und Brandmale verschwinden. Erstaunlicherweise verdanken wir diese Hautpflegeinnovation der winzigen Schnecke Helix Asperger. Eine bahnbrechende Entdeckung, Alantuin, ein natürlicher Stoff, von der Schnecke zur Reparatur von Rissen im Schneckenhaus oder wenn dieses abfällt, benutzt, hilft auch menschliche Haut zu regenerieren. Alantuin ist reich an Proteinen, Vitaminen und Calcium. Alle diese Stoffe sind unglaublich gut für ihre Haut. Der Innovator der Gesundheits- und Schönheitsbranche Wellform hat ein Verfahren zur Gewinnung und Konservierung des natürlichen Schneckensekrets entworfen und New Today entwickelt. Eine belebende Creme für Gesicht und Körper. In wenigen Tagen sieht ihre Haut erstaunlich jünger aus. Der unglaubliche echte Schneckenextrakt in Wellform New Today regeneriert ihre Haut tatsächlich. Die Creme enthält auch andere Nährstoffe wie Kollagen und Elastin für festere Haut sowie Glykolsäure mit Peeling-Effekt gegen abgestorbene Hautzellen. Für ein frischeres Aussehen. Faltenfreie Haut ist jetzt möglich. Sehen Sie nur, feine Linien um die Augen sind verschwunden. Erschlaffte Haut ist wieder straff, sieht jünger aus. Die gefürchteten Pigmentflicken sind fast weg. Wellform New Today reduziert sogar größere Narben und Brandmale und lässt hässliche Schwangerschaftsstreifen verschwinden. Zögern Sie nicht. Sie erhalten das Geheimnis der Schnecke unglaublich günstig. Untertitelung des ZDF, 2020